So, liebe Freunde des Fußballs, es gibt wieder ein paar Neuigkeiten. Tom Bertalan hat ihr Vertragsangebot akzeptiert, er steht ab der nächsten Saison in ihrem Kader, also ein Drei-Sterne-Talent nächstes Jahr in der zweiten Mannschaft. Werder Bremen hat den bisherigen Co-Trainer Maximilian Krafcik zum neuen Cheftrainer berufen. Also, weil Bremen ja wirklich unten im Abstiegskampf steht, das habt ihr ja mitbekommen. Und wir haben hier leider gegen Oldenburg 3 zu 0 verloren. So, in sein Vertrag läuft aus, das ist Pech für ihn, guckt mal an, zwei Sterne nur, eine 41 wird nicht verlängert. Also, das ist erstmal Fakt. So, jetzt geht es ja zum Ende der Saison. Einige Spieler fangen jetzt schon an, sich Sorgen zu machen, wie unter anderem jetzt Tim Knipping. Und er bittet um ein Persönliches und möchte wissen, ob für seine Position in der kommenden Saison Verstärkungen geplant sind. Tja, schauen wir doch mal rein. Wir haben mit Ballasch einen 24-Jährigen, der bisher eigentlich seine Rolle gut gemacht hat, mit Purdy. Dann können wir ihm sagen, nein, da kommt nichts Neues. Die Innenverteidigung ist ja sehr stark. Nein. Brauche ich erstmal keine Sorgen machen an der Stelle. Und da könnt ihr euch auch schon mal so ein bisschen an den Zinnfingern abrechnen, dass es in der neuen Saison keine großartigen Transfers geben wird, weil ich werde weiterhin an meiner Philosophie festhalten, mit dem Material, was wir haben, zu arbeiten. Vor allem mit dem jungen Material, was auch nachwächst in der zweiten Mannschaft. Wir können nochmal reingucken in die Verträge. Erste Mannschaft, Resigee, wechselt in den Stab. Da ist nichts zu regeln. Aber wir haben hier einige, die auslaufen. Schala, Pelzer, Liemens, das sind ja alles ältere Recken. Ruprecht, Holzing, Holder und dieser junge Mann. Das heißt, die verlassen uns. Aber wir haben noch genügend Material. Und wie ihr ja auch seht, verpflichte ich schon den einen oder anderen Spieler aus der zweiten. Wo wir so ein bisschen nachordern müssen, ist wahrscheinlich dann im Sturm. Da haben wir jetzt nicht so viele. Wir haben auch hier viele Innenverteidiger mittlerweile drin spielen. Also es wird ein bisschen ausgedünnt. Und in der zweiten wird so ein bisschen ein Pool angelegt, dass wir sagen, dass wir da gute Spieler heranbilden. Mido jetzt auch schon langsam in einer etwas besseren Entwicklung. Voraussetzung ist natürlich, sie bleiben drin. Es sieht aber so aus, als wenn das klappen könnte. So, Europa League Halbfinale. Gegen AC Florenz. Wir beginnen zu Hause. Hier könnt ihr euch mal anschauen, wie der Weg hierher war. Und wir spielen zu Hause. Wie schon gesagt, das Stadion wird proppenvoll sein. Es soll Regenwetter geben. Also ich soll Spieler mit hervorragender Fitness einsetzen. Im anderen Spiel Paris Saint-Germain gegen Wolfsburg. Also, interessantes Halbfinale. Und die Frage stellt sich mir natürlich, können wir uns gegen so eine Top-Mannschaft wie Florenz durchsetzen? Ich weiß es nicht. Hier haben wir jetzt... Naja, der ist... Ne, das ist mir nicht gut genug. Jetzt gucken wir uns erstmal die erste Mannschaft an. So, und wir haben ja... Das ist ja unser Problem. Wir sind in der Meisterschaft. Haben noch vier Spiele. Also das sind jetzt zwei Highlights, die uns bevorstehen. Und wahrscheinlich schaffen wir nur eins davon. Also entweder kommen wir hier weiter im Europapokal und kommen ins Endspiel. Oder wir schaffen es in der Meisterschaft tatsächlich und landen hier den Coup. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen... einen linken Mittelfeldspieler ersetzen. Den haben wir allerdings nicht mehr. So, dass ich jetzt mich hierfür entscheide und sage, dann nehme ich aber einen zweiten Verteidiger. Oder nehme ich hier... Ne, ich nehme David Resigé noch mit. Dann nehmen wir zwei Stürmer mit. Jetzt gucken wir uns erstmal den Gegner an. Ja. Schaut selbst. Das sind einige sehr gute Spieler. Dabei natürlich der bekannteste hier, Mario Gomez. Den werden wir auf jeden Fall in Sonderbewahrung nehmen. Aber die anderen sind ja nicht wesentlich schlechter. Vielleicht unser Vorteil, dass sie im Mittelfeld nicht so stark besetzt sind. Dafür sind sie aber relativ gut in der Innenverteidigung. Also können da unsere Stürmer Immobilie und Thai für Wirbel sorgen. Aftijai jetzt wirklich in einer sehr guten Verfassung. Schmitz, Bromereit drüber reden. Und unser Botigin auch mittlerweile ein Ausnahmetalent. Gut, ich würde sagen, wir probieren es. Ich werde auf jeden Fall eine zusätzliche Prämie ausloben, die nicht klein sein wird. Also 39.000 gebe ich rein. Und dann schauen wir mal, wie wir jetzt zu Hause erstmal spielen. Wichtig wäre halt zu Null und vielleicht ein Tor. Aber so ein 1 zu 0 würde ja optimal reichen. Also, dann bis gleich und viel Spaß. Hallo da draußen an dem Bildschirm, an den Monitoren. Und hier ist euer Fritz Meloni in allerbester Laune im WM-Modus. Aber ich freue mich hier auf das Halbfinale. Und ihr hört es an der Performance der Zuschauer. Hier ist Stimmung pur, weil Europa-Liga-Halbfinale gegen den italienischen Vertreter, gegen AC Florenz. Und sowas hat man hier, ja, schon lange, lange nicht mehr gesehen in Rostock, in der DKB-Arena. Und die Zuschauer sind natürlich sehr stark euphorisiert. Ich bin's auch, muss ich zugeben, weil die Mannschaft hat einen guten Lauf. Und da ist Lennart und setzt sich das erste Mal gegen die Verteidigung durch. Und Netto im Tor der Italiener hält den Ball aber fest, weil es war nicht so gefährlich, der Schuss. Die Mobili, ja natürlich für ihn ein ganz besonderes Spiel, gegen Italiener zu spielen, ganz klar. Er freut sich schon aufs Rückspiel, denke ich mir, in seiner alten Heimat. Und Florenz will natürlich hier schon den Grundstein legen, um weiterzukommen. Die wollen natürlich so viele Tore wie möglich schießen. Und wir sind gewarnt, wir müssen aufpassen, denn vorne ist ein Mario Gomez, der immer in der Lage ist, ein oder mehrere Tore zu erzielen. Was der hier schon gar nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken ist, hat den rechten Verteidigerposten wirklich gut bekleidet bis jetzt in der Saison. Aftegay, der wirklich zum Spielmacher aufgestiegen ist. Und da vorne Lennart, der von der Entwicklungsstufe natürlich noch in einer Phase sich befindet. Ich denke, der braucht noch ein, zwei Jahre. Aber ihm werden solche Spiele, vor allem internationale Spiele, auch helfen. Da ist Giro, der ja eigentlich schon hierher gekommen ist, mit einem gewissen Star-Charisma. Ob es dann Weltstar sein kann oder international, das muss er noch beweisen. Heute, beziehungsweise auch hier, heute und im nächsten Spiel, kann er auf jeden Fall zeigen, welche Klasse er besitzt. Jetzt aber erstmal abseits gut gestellt von meiner Mannschaft. Die Abwehr, die Abseitsfalle. Ruhiger Anfang, wie ich finde. Uns auch, konzentriert. Da ist Aftegay und da spritzt Giro rein. Das war natürlich schon eine gute Chance. Die hätte er nutzen müssen, meine ich. Wir wissen nicht, wie viele Chancen wir gegen Florenz bekommen. Denn die werden jetzt erstmal uns testen. Ein bisschen vorfühlen. Oh, da kriegt Knipping eine gelbe Karte. Das ist nicht gut. Jetzt muss er sich zurückhalten, im Laufe des Spiels. Und das schon nach 30 Minuten. Das ist nicht sehr förderlich. Da könnte es möglich sein, dass ich Ballast heute reinbringe. Jetzt aber erstmal Freistoß von den Italienern. Puh, da habe ich erstmal durchgeatmet, weil ich nicht wusste, ob die gefährliche Schützen da drin haben. Die italienischen Fans machen sich hier schon in Rostock gut bemerkbar, aber kaum habe ich es ausgesprochen, melden sich die Hansa-Fans. Oh, das war eine gefährliche Situation, aber Bottiglin hat aufgepasst. Gleich der Umschaltangriff über Schmitz. Aber schlechter Pass. Schlecht und ungenau. Eifers muss das erstmal bereinigen. Bottiglin. Wieder auf Schmitz. Und der spielt gleich in die Spitze rein. Lennart. Lennart an das Lattenkreuz genagelt. Aber er geht halt nicht rein. Er geht nicht rein ins Tor. Das ist ärgerlich. Das war eine hundertprozentige Chance. Und jetzt die Italiener über außen. Versuchen jetzt über Ballbesitz hier das Spiel zu machen. Und dann 1 zu 0 durch Mario Gomez. Ja, sein neunter Treffer jetzt schon im Wettbewerb. Und das zeigt, wie stark er nach wie vor ist. Trotzdem, dass wir ihn in Sonderbewachung genommen haben, erzielt er hier das Tor. Und das ist natürlich, Aussetztore sind natürlich für uns, beziehungsweise, jetzt ist ja für uns ein Heimspiel. Und wenn man da ein Tor kassiert, von der Arithmetik her gesehen, nicht gut für uns. Trotzdem müssen wir froh sein, erstmal nur ein 1 zu 0 kassiert zu haben. Aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Auf geht's, Männer. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal den Einsatz erhöhen. Ich muss mir überlegen, ob ich auf der Position Knipping, ob ich da jetzt auswechsel, ob ich das Risiko weiter attrage. Ich glaube, wenn die Italiener weiterkommen, läuft er natürlich auch Gefahr, eine gelb-rote Karte zu bekommen. So, jetzt aber hier schön durchgesetzt von Yenneke. Lennart auf After Jai. Und der hat hier eine gute Chance, aber er nutzt sie nicht. Och, hier sehen wir es doch ein bisschen weiter ans Tor vorbei. Schade, 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 schade. Ja, ihr seht, die Bäume wachsen nicht im Himmel, auch nicht in Rostock. So, und jetzt kriegt Botigin auch noch eine Karte, denke ich mir. Oder ist das Klingenburg? Das ist Klingenburg, wir müssen reagieren. Wir laufen Gefahr, hier das Spiel aus der Hand zu geben. Nick Schulz muss rein für Klingenburg. Und Ballasch muss rein für Knipping. Einen lasse ich mir noch offen. Vielleicht kommt heute noch mal Gianluca zum Einsatz. Oder ich schicke Trisiget, den erfahrenen Spieler, noch mal aufs Feld. Seine Saison läuft ja langsam aus, aber wir haben ja noch Zeit im Spiel. Wir müssen ja jetzt nicht überhastet irgendwas machen. Ohne Worte, ne? Silvestri macht hier das 2 zu 0 für Italiener. Das sieht nicht gut aus. Hier sieht man jetzt auch, dass wir als Mannschaft zwar schon eine gute Mannschaft haben, aber gegen solche Gegner, da sind wir noch nicht so weit. Da braucht die Mannschaft noch Entwicklungsphasen. Aber das macht ja nichts. Ich meine, erstmal hier hingekommen zu sein, ist ja schon ein Erfolg. Und vielleicht ist es dann gar nicht so schlimm, wenn wir ausscheiden, weil wir haben ja noch das Rückspiel. Da muss ich ein bisschen schauen, wie das Ergebnis heute ausfällt. Ob wir nicht dann doch mehr auf die Meisterschaft setzen. Jetzt aber außen. Jennecke setzt sich gut durch. Kriegt den Ball rein und dann muss der Torwart raus. Faustabwehr. Und gleich schneller Umschaltangriff der Italiener. Oh, das geht sehr schnell. Da sieht man mal, was das für ein klasse Team ist. Aber wir können noch rechtzeitig hinten die Lücke schließen. Ja, von Chiro sieht man jetzt heute gar nichts. Jeder macht enormen Druck. Ja, ich werde jetzt nochmal versuchen. Ja, ich nehme Chiro raus und bringe Trissi-G rein. Trissi-G nochmal den erfahrenen Spieler. Vielleicht kann der nochmal diese jungen Spieler ein bisschen zusammenbringen. Und vielleicht hören sie auf ihn. Vielleicht kann er nochmal Ruhe ins Spiel reinbringen. Wenn wir wenigstens einen Anschlussreffer jetzt machen könnten. Deswegen setze ich jetzt nochmal auf Erfahrung. Den jungen Gianluca hätte ich auch bringen können. Aber ich setze einfach mal auf den erfahrenen Trissi-G jetzt. Da ist Trissi-G. 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 After Jai. Na, das sah doch gar nicht schlecht aus. Das war doch eine gute Aktion von beiden. Das war doch gar nicht mal schlecht. Jannicke. Jetzt steil auf Trissi-G geschickt. Da kann er natürlich nicht mehr bedienen mit Spritzigkeit und Schnelligkeit. Ja, die Italiener spielen das ganz clever. Ganz clever machen sie das. Aber meine Mannschaft spielt ja nicht schlecht. Wir sind einfach die unterlegenere Mannschaft. Das muss man an der Stelle einfach auch erkennen. Da haben wir die Möglichkeiten noch nicht. Außerdem fehlt uns Fadi. So, jetzt aber David Trissi-G. Abseits. Schade. War eine gute Möglichkeit. Jetzt wechseln die Italiener aus. Jerry. Ferevic. Und der Aufbau wieder durch die Mitte. Oh. Mario Gomez fast beim 3 zu 0. Da haben wir Glück, dass er nicht genügend Zielwasser getrunken hat. Und David Trissi-G wieder. Oh, schöner Pass hier auf Schmitz. Und Lennart. Ja, und da ist der Anschlusstreffer. Denise Avdecai macht das, glaube ich. Oh, ich kämpfe hier gerade mit einem Asthma-Anfall. Ich habe mich hier eben verschluckt. Na, das macht auch Hoffnung. Savic kommt hier rein. Und bei uns hat Avdecai das Tor gemacht. Genau. 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 Das wird ein schweres Rückspiel. Einziges, was man Hoffnung macht, ist unser Anschlusstreffer. Das 1 zu 3. Jetzt dürfen wir nur kein weiteres Tor fangen. Sonst sieht es düster aus. Jetzt nochmal Avdecai. Nochmal Trissi-G. Und wieder abseits. Schade, schade, schade. Aber der alte Trissi-G hat nochmal hier Ordnung reingebracht. Und ich glaube, er war ja auch daran beteiligt, an dem Treffer von Avdecai. Insofern war seine Reihennahme richtig. Da ist er nochmal. Nochmal auf Schmitz. Wieder der lange Ball auf Gommes. Und da ist Sherry. Und 4 zu 1. Das können wir vergessen. Im Rückspiel können wir die Sache abhaken. Da ist es vielleicht besser. Wir konzentrieren uns auf die Meisterschaft und geben im Rückspiel. Ein paar jungen Spieler in die Chance. Das heißt, junge. Wir haben ja fast, wir haben ja die Jüngste manche. Aber dann gebe ich mal anderen Spielern die Chance. Weil das kriegen wir nicht mehr gebuckt. Das ist eine Vorentscheidung. 4 zu 1. Gehen wir hier baden. War aber abzusehen. So weit sind wir noch nicht. Allein, dass wir hier so weit gekommen sind ins Halbfinale, ist ja schon ein Riesending. Aber ich würde interessieren, wie ihr dazu steht. Soll ich das Ding aufgeben oder soll ich nochmal alles reinwerfen im Rückspielen? Aber in Florenz, in dem Hexenkessel, das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Ich hoffe nur, dass die Mannschaft jetzt keinen Knacks bekommt durch dieses Spiel. Und guckt euch die Noten an. Marc Reimer nehmen wir noch 5,5. Das war unterirdisch schlecht. Aber auch die anderen Spieler überwiegend schlechte Noten. So, der nächste Gegner ist Gladbach. Und da geht es um die Deutsche Meisterschaft. Und das ist jetzt die Frage. Setze ich mich auf die Meisterschaft. Oh, hier verletzt sich Lehmanns nochmal. Fällt für 5 Wochen aus. Setze ich jetzt auf die Meisterschaft. Da haben wir 2 Punkte. Ne, wir sind punktgleich. Das heißt, wir sind punktgleich. Und haben noch 4 Spiele vor der Brust. Und Gladbach ist machbar. Die wollen zwar hier oben rein. Die werden auch alles geben. Aber Gladbach wäre machbar. Tja. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Auf jeden Fall. 4 zu 1 zu Hause zu verlieren gegen Florenz. Das wird in Florenz nicht besser. Ich glaube, da schicke ich in Florenz dann doch ein anderes Team auf den Platz. Da kriegen dann mal so Leute wie Marvin Kurt vielleicht die Chance. Und auch andere Gianluca vielleicht mal von Anfang an wieder. Und mal gucken, wie die es dann machen. Und dann schone ich lieber die anderen Spieler für den Meisterschaftskampf. So, dass wir dann wenigstens da nochmal versuchen anzugreifen. Weil ich denke, dass der Europa-Liga-Finale ist ausgeträumt. 4 zu 1. Da kommt es ja nicht mehr ran. Aber ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und warte die erstmal ab. Und dann werde ich entscheiden. Okay. In diesem Sinne. Weiterhin eine schöne WM. Macht's gut. Euer Smiloni.